servus und willkommen zu einer neuen folge von ja wir wollen heute brücke fertig bauen haben wir alles dabei 1100 ja ab jetzt finde ich das auch angemessen vor allem für das lp finde ich so extrem schreiben wer das findet und ob ihr auch mal sehen wollen wie man das macht beziehungsweise wenn man ihn braucht oder so das ich euch mal zeigen kann oder dann irgendwann in einem großen special damit drin sein wo dann alles drin ist also wie man die die server konfix einstellt da bin ich ja gerade in der vorbereitung da einfach jetzt nur warten dass ich fertig baue das rüberkommen kann und mich fressen candy so jetzt müssen wir erstmal hoffen dass man von hier aus dort rankommen dass sie die brücke ansetzt es war mir klar dass der mir was scheißt ach man okay das heißt ich muss rüber so dass der alpha weg ist weil wie gesagt er ist da gerade umgerannt in der letzten folge konnte ich das sehen das war der der flash raptor blitz an es sei dass ich euch gleich gleich alle eure hilfe brauchen den raptor weg zu bringen oh oh ich hab's da aufblitzen gesehen alles rennt weg ich nicht hast du jetzt auf rum zu packen ich brauche zehn minuten bis ich drüben bin ja und jetzt let's fetz an bären verlieren dann muss ich mit rekordgeschwindigkeit zum haus rennen tür aufmachen reingehen so erstmal wissen wo ich hin muss und und alpha raptor oder raptor bei dem stein da und und das mal wenn den bingst da unten ist er ha 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 Da ist so schön das Pferd von hinten Bäumen Ich grad lauf, ne Ne, ich gleich Vorm Raptor, ich trottel Ich hab jetzt 5 gelaufen Ich gucke, wer jetzt was schön ist ich habe total muffensausen gerade ich möchte keinen mann bär nicht verlieren wenn ich hier schon wieder was weg rennen sie kann das eigentlich nur bedeuten dass da der vielleicht schon hier wie gesagt die sind so schnell diese scheiß viecher da könnte sogar mein bär zu langsam sein tausend hof tausend oh oh ich habe ihn gesehen was mache ich denn wenn er mich auch gesehen hat bin ich im arsch genau packen wir überall fest ich kann mir ich verstehe eins nicht warum kann ich mir arschlich merken wo mein haus ist wo ich geh ins bell ich probier es ich weiß dass ich mich gleich in den arsch treten werde meine barbara verloren habe ich habe noch einen fluchtpunkt ich habe schon mal mein haus gefüllt ich werde mich nicht trauen einen bären draußen zu lassen ich brauche mich endlich mal rum nein ein kürzer vorne ist er so ok dann schauen wir mal 590 metall ingids haben wir durchgekriegt cool das heißt er hat über 1080 gemacht ich kann mich nicht mehr bewegen ich kann mich nicht mehr bewegen ich kann mich nicht mehr bewegen verarschen verarschen so da kannst du noch tragen vor allem einiges zu mich du Danke Blueprint Aparentic, Supplication, Pistol Das heißt, ich brauche mir den Weg bauen So Alter Ich stehe im anderen Zimmer und der Zwingt mich dazu, mich hier festzupacken Oh oh Pals ist der nah Die meisten sind alle da drüben? Ich habe das Fenster gesehen und versucht rein zu sprcken, oder was? Ja, wo ist das Fenster gesehen und versuch reinzusprungen, oder was? Was ist da hin? Komm her! Ich bin in den roten Knister draußen Okay Die Frage, komme ich an euch vorbei? Okay Ich werde mehr verlieren, weil der Arsch die ganze Zeit blockiert Komm Okay Ich bin zu schwer So Mein Bär kann leveln Erstmal, dass ich Gewicht freiwillig mache, aber Ne, es ist immer noch zu schwer Verdammt Schaue ich auf sowas nicht vorher drauf Auf dich kann ich verzichten als allererstes Danke Danke Gucken Und da einfach entlang rennen Und da einfach entlang rennen Ich darf noch nicht da sein, wo ich bin Backte Backte er und stand vor ihm Festbacken Auftauchen Er glaubt gar nicht wieviel Ich weiß Gehen habe, war ich tot In der meine Base kommt, der wird halt die halbe Basis auslöschen Problem ist, der kann auch dahin kommen Ich brauche jetzt nicht Ich brauche jetzt nicht Keine zum strike Um Den auch weg zu machen Wie er gar nicht mehr ausseiten ist, wie da alles da ist Wie er gar nicht mehr ausseiten ist, wie da alles da ist Wie er gar nicht mehr ausseiten ist, wie da alles da ist Okay Nach den Christellen habe ich jetzt nicht mehr geguckt Aber war mir jetzt auch egal Ah Teil reinbringen Ich habe jetzt die Steinplattform weggeschmissen Aber Da wir uns ja einen Steinklopfer geholt haben Ist ja das jetzt nicht mehr so schlimm Ah Aber ich muss was gegen den Alpha unternehmen Bedingt Ich weiß ja, dass ich mit dem Vogel Ob Torn tragen kann Aber ich glaube ein Alpha ist zu groß Vielleicht ein Quenzel Habe ich keinen Alles doof Alles doof Aber Teil ist ausgeladen Jetzt macht es bestimmt drüben total Spaß Ähm Die Äh Mein Ankylo Auf die Auf die Nach oben zu bringen Und Metall zu klopfen Kann ich auch vergessen Nicht gut Nicht gut Nicht gut Nicht gut So Ähm Wir schauen uns nochmal das Treiben an Vor allem Ich probiere das jetzt einfach mal Ob ich den greifen kann Ich muss nur aufpassen Nicht dass der Alpha mir eine Need gibt Und ich bin platt Was ich halt auch nicht weiß Ob sich die was trauen Über diese Brücke zu laufen Wir sehen ihn Da ist er Krass mistfähig Ich hoffe dass der so schnell wie er da war wieder verschwindet Aber Gefällt es hier wie es aussieht Nicht schön Ah ok Das äh Ich habe immer zu tief geguckt Ich muss einen höher gucken Mein Haus ist ja ein Zwei da oben Ich ja jetzt also Na vor allem das Problem ist wenn ein Alpha Raptor da ist Spawning glaube ich auch meiner Meinung nach mehr Raptoren Was natürlich auch nicht schön ist Ich habe immer noch ein 30 Stück will ich haben Na hallo Ich soll es den Fall klopfen Keine Steine 30 Stück Ja 30 Stück brauch ich ja hier 30 Ich Den noch Und ihr seht, wenn man Kristalle klopft, da kommt ein Felserpilz raus. Ich würde sagen, jetzt steht er schon neben dem Haus. Das Holz haut er weg, das weiß ich. Beim Stein bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, könnt ihr auch platt machen. So, Bumpe fällt. Also nicht, vielleicht nicht bringen dazu, dass er mir nachrennt. Ja, vom Vogel aus kann man ja leider nicht schießen. Der ist auf jeden Fall. Ist der größer als die anderen? Ah, größer. Das seht ihr die Originalfassung? Ein bisschen größere Fassung. Die Fassung kann ich geben. Ah ja, ich weiß. Bist du nicht lustig? Geht schon. Können wir dich zu Hause tamen? Was ist der eigentlich? Moment, das muss ich nicht gucken. Was ist der doch eigentlich um, soweit schon alles abgesperrt haben, dass da keiner rauskommt? Richtig? Richtig. Habe ich ja schon gemacht. Habe ich ja schon gemacht. Dich mitnehmen. Dich mitnehmen. Dich mitnehmen. Moment. Mann, nicht demolish. Alter, das kann doch nicht sein. Können auf jeden Fall. Ja. Ja. 2 der schoss bälle der bäbben auf oh scheiße genau auch noch ein klinger das steht auf und beiß dich weg das geht jetzt sind nur 323 aber nein du hast nichts hast du davon ein bisschen davon ein bisschen davon einen sollt ihr mir angewöhnen das zeug auch wieder aufzuräumen nach bloß der den futterdruck doch laufen hau weg dann der scheiße jetzt bitte dann gehen wir zum essen ich brauche auf jeden fall davon er liegt noch das ist gut da bin ich vorsichtig habe keinen bock dass die aufwachen so dann brauche ich was hast du denn 1000 ja genau du bist ein level 16 ähm hast äh 1680 gut und und 3 raw prime meat ich weiß noch nicht ob ich prime meat noch habe muss ich gucken ich habe crooked prime meat das sind 6 sechs ist aber schneller als jetzt muss ich nur aufpassen weil das sind nämlich jetzt 1380 nicht dass ihr loslauft und sagt okay wir brauchen sechs stück und äh 1380 1380 so 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 du heil so ist Johnny wie du lieben komm komm das zeug rausnehmen dann werde ich mit dem agent avis kommen nach unten bringen und aus ob wir die zeit überhaupt schaffen machen wir über folge aber wir haben einen unseren ersten raptor weil ich das jetzt noch weiß ach da ist er hallo du schaust aber süß aus ja okay gut aber das war es dann mal wieder für die folge ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen und dann sehen wir uns wieder ist nächstes mal bis dahin ciao tschau tschau